Hey Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart Wii. Jungs, seht ihr das? Baby Mario im Kinderwagen ist bereit, denn wir störten uns so langsam ins Finale von diesem Projekt, denn wir werden heute uns dem vorletzten Cup dieses Spiels stellen, ja? Ja, dem Blood Cup auf den Maps, DS, Glühheiße Wüste, GBA, Borsas Festung, 3, N64, DK's Dschungel und Gamecube, Marius Püste und ich würde sagen, wir reden nicht für drumrum, let's go. So, jetzt sind wir auch schon auf der ersten Strecke und ich habe heute kein richtiges Thema am Start, aber ich würde euch sehr gerne was erzählen. Und zwar habe ich jetzt, wie ihr es vielleicht schon an der Qualität merken könnt, ein neues Mikrofon, ja. Ich habe ein Mikrofon geschrieben bekommen, das T-Bone SC450. Es ist wirklich ein sehr nice Mikrofon, auch für den Preis, wirklich top. Ich bin sehr zufrieden damit und, hey, jetzt habt ihr nicht mehr diese Headset-Quali, diese Trash, also was heißt, ich sag mal in Anführungszeichen Trash-Quali von meinem alten Headset. Wo es damals auch immer so komisch geknistert hat und so. Und ja, auf jeden Fall, Jungs, ihr könnt mir sehr gerne eure Meinung zu diesem Mikrofon in die Kommentare schreiben oder einfach so Feedback halt. Ob ich vielleicht zu laut bin, ob ich zu leise bin, Video-Audios und so. Also ich hätte da kein Problem mit, wenn ihr mir das einfach mal in die Kommentare schreiben würdet, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. So, ein Blupper ist nicht so nice, aber wir sind der erste Platz, let's go. Ja, Jungs, wie man merkt, ich habe ja wirklich kein Thema gerade am Start, deswegen ist das gerade hier ein bisschen planlos. Und ich bin sogar skilltechnisch sogar eigentlich gerade noch voll gut. Na, eigentlich, Hochmond kommt vor dem Fall, eigentlich hätte ich das jetzt nicht sagen sollen. Aber ich habe halt jetzt eine Zeit lang nicht aufgenommen, ja. Ich habe eine Zeit lang nicht aufgenommen. Und jetzt hier wieder back on MKU. Der MKU-Götter, wenn ihr mich erhört, biete, biete, keine Blue Shelds, okay? Keine Blue Shelds in dieser Runde, okay? Keine Blue Shelds, bitte. Ja, ich weiß, ich will jetzt ständig hier nicht ständig mit Bananen rumfahren, wenn ich ehrlich bin. Ein Pilz oder so wäre auch mal cool. Ja, ist okay, ist okay. Man muss jetzt halt einfach prayen, ja? Wir müssen jetzt zu den MKU-Göttern beten, dass einfach nichts Schlimmes passiert, weil... Ja, okay, Powerknöpfe, es kommen gar schon viele Powerknöpfe, mal wieder. Wie gefühlt es immer eigentlich? Digga, nein. Okay, gut. Wir wollen zwar fast noch gefühlt von Yoshi eingeholt, aber wir haben die erste Strecke dieses Cups perfekt ausgespielt. Erster Platz. Let's go. So, Jungs, wir sind jetzt auch schon auf Moses Festung 3 und... Ich sag ganz ehrlich schon, so, ne? Meiner Meinung nach, ich bin jetzt nicht der größte Fan von solchen Maps, ja? Es sind viel geilere Maps. Und... Aber okay, es ist... Die Map ist okay, okay. Die Map ist okay, okay, okay. Sprachen in der Bubble. Aber ich werde trotzdem mein Bestes geben und hoffentlich nicht von Yoshi gesnipet werden. Und... Bro, wohin ist die Green Sheld geflogen? Egal, Jungs. Auf jeden Fall. Wir sind einfach schon fast... Am Ende dieses Projekts angelangt, ja? Jetzt hier noch schnell diesen Cup streiten. Dann den letzten Cup und dann einfach nur noch diese Battle-Mini-Spiele da, wenn ich verstehe, was ich meine. Dann ist das LP schon zu Ende, also ja. Die Zeit vergeht echt schnell. Naja, okay, wenn man drüber nachdenkt, ist es halt ein neun Part Let's Play. Und... Naja, so jetzt professionellere Let's Player, die jetzt auch so wirklich so viel mehr Zeit in YouTube investieren und investieren können, hätten wahrscheinlich so ein Let's Play in zwei Wochen easy schon gefühlt fertig bekommen. Aber ich bin trotzdem eigentlich sehr zufrieden mit diesem Let's Play. Weil ich merke halt persönlich einfach, das soll jetzt nicht irgendwie so angeberisch klingen oder so oder ein Fleck sein oder so. Aber ich merke halt persönlich selber, dass mein Commentary langsam irgendwie besser wird. So, keine Ahnung. Wie seht ihr das? Keine Ahnung, also wenn man sich jetzt irgendwie so Double Dash anguckt, ne? Am besten jetzt so die ersten oder die zweiten, also die ersten zwei Folgen oder so. Eigentlich alle Folgen. Wenn man die Double Dash anguckt und dann Mario Kart Wii, ich denke da auch schon Progress Center, weil so Double Dash war an sich eigentlich ein leises Let's Play. Aber von heutiger Sicht, ich bin mal schon ein bisschen unzufrieden vom Commentary, vor allem in den ersten beiden Folgen, weil ich habe halt schon nicht so Digger, 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 Digger gesagt. Dann halt so, äh, Ratchel, Digger, weil, keine Ahnung, also an sich, ich habe nichts dagegen, wenn man Digger sagt. Weil das sagt voll oft, Digger. Aber Karo, in einem YouTube-Commentary-Video ist das jetzt vielleicht nicht so nice. Hey, und die Zeit vergeht immer wieder echt schnell. Wir sind schon in der dritten Runde auf dieser Strecke hier. Nice, ne? Übrigens, heute ist so eine Art Pokémon Direct am Tag, wo ich aufnehme. Ja, okay, es war wahrscheinlich einen ganz anderen Tag raus. Aber ja, Pokémon Direct, ich bin sehr gespannt, was da, äh, dabei rauskommen wird. Obwohl meine Erwartungen, ne, sage ich schon, ganz ehrlich, sehr niedrig sind, weil, man hat schon zwei Spiele bekommen. Ich weiß echt nicht, was ich ankündigen da wollen. Baby Peach hat mich komplett weggesnaped. Er wird das für mich eigentlich verarschen. Ich habe voll, ich war die ganze Zeit erster Platz und jetzt will ich hier irgendwie durchgereicht. Egal, Jungs, wir haben den Mega-Pilz. Jetzt werden wir alles zertreten. Ja, und so schnell wird man wieder erster Platz. So, am besten noch hier. Für Safety first. Die Green Shell hinten walten. Ja, okay. Da blitzert mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber, wir sind jetzt wieder am Insel angelangt. Mal wieder erster Platz. GG. So, Jungs, jetzt befinden wir uns auch schon im Decay-Dschungelpark. Und ja, die Map gefällt mir, wenn ich ehrlich bin, vom Look, so, vom Aussehen her, vom Äußeren her. Gefällt mir die Map wirklich sehr. Und an sich ist die Map eigentlich nicht schlecht. Ist echt eine geile Map im Decay-Dschungelpark. Gefällt mir. Und ich würde sagen, das ist fucking gut. Ich finde es auch geil, wie der im Hintergrund so... Ähm, okay. Ich würde es auch geil, wie der im Hintergrund so ein Schiff ist. Mäßig, wenn ihr fehlt, was ich meine. Aber können wir bitte kurz über das Wasser reden? Klar, es ist wahrscheinlich zu wegen der Sonne, Digga. Weil die Sonne halt so drauf scheint, ne? Halt wegen, halt so abends rot und so. Aber bitte kann man kurz überreden, dass das Wasser wie Pisse aussieht. Ich meine, wir werden ja gleich nochmal daran vorbeifahren. Aber wenn ich das sehe... Ey, bitte sagt mir, ich bin nicht der Einzige, der so denkt, okay. So, nachdem Baby Peaches komplett die Brüschel in die Fresse bekommen hat. Junge, dicker. Ja, ne? Ich sage einfach lieber nichts mehr. Guck, Jungs, das meine ich. Das sieht ein bisschen so gelb aus, Jungs, wisst ihr? So, Powerknopf hat gar nicht gegönnt. Kurs geht raus. So, Jungs. Die hatten nicht in die... Ich wollte das eigentlich in die Banane fahren, aber was passiert? Ich fahre die Banane. Jungs, wir haben einen Pilz. Naja, ich hätte eigentlich voll Waluigi, als ehrlich zu snipen, ne? Weil ich war Waluigi, du auffahrt, du bist nicht ein Smash, ne? Egal, wir haben einen Pilz. Ich werde ihn einfach gleich benutzen, wenn es sich lohnt und... Waluigi. Ich mache hier einfach jetzt so eine Art Abkürzung. Okay, gegen die Wand fahren war jetzt vielleicht nicht so schlau. Aber hey, irgendwas hat es gemacht. Jetzt sind wir näher an Baby Peaches. Ja, warte, habe ich gerade... Habe ich gerade... Warte, Digga. Hä? Was passiert hier gerade? Digga, was? Der habe ich mich gerade ernsthaft mit meiner eigenen Fake-Item-Box getroffen. Naja, 10er Platz ist jetzt nicht so ein nicer, ne? Nein, doch. Wie ich so gerne sage, wir bräuchten jetzt ein nices Item, um einzuholen. So. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, mit drei Pilzen können wir eigentlich sehr gut was anfangen, aber dann kommt einfach tot und denke ich so. Yoink. Yoink. Ich bin jetzt da. Ja, wir haben jetzt wieder drei Pilze. Okay, let's fucking go. Digga. Mario Kart Wii will einfach nicht können. Digga, Mario Kart Wii, was ist denn los mit euch? Digga, ich habe gerade am Anfang dieser Strecke einfach diese Map komplett gelobt. Und jetzt so. Ich bin enttäuscht. Digga. Ja, komm. Kein Betrug oder so. Nein, nein. Also, Digga. Was? Jungs, wir lassen uns einfach unkommentiert stehen. Ab geht's. In die nächste Strecke. So, Jungs. Nachdem gerade Betrug kam und Betrug mir eine in die Fresse geboxt hat und ich einfach nicht wusste, was ich sagen soll, weil einfach ich gerade nicht drauf klarkam, sind wir jetzt auf Marios Piste, ja? Ja, eine auch sehr coole Map und ich würde sagen, wir schließen am besten den Cup jetzt mit dem ersten Platz ab, oder? So, diese Strecke ist mal wieder eine Strecke, die wir auch in Double Dash gefahren haben. Wenn ich mich irre, wollen wir da eh irgendwie zwölfter Platz oder so, weil ich ein Double Dash komplett schlecht war. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ne? Aber ein Double Dash, ich war jede Folge, war ich irgendwie zwölfter Platz in jedem Rennen. Und, yo, Hitbox, man. Was war das denn? Ich dachte, Real Talk, das sah für mich jetzt persönlich so aus, als wäre ich in der Hitbox von der Piranha-Pflanze drin. Wenn ich ehrlich bin. Ey, Jungs, ich weiß noch, warum ich Karma bekommen habe in der letzten Runde. Warum Betrug mir eine gedonnert hat. Weil ich habe gesagt, das war Luigi nicht in Smashes. Geht es nur mir so? Oder kann es irgendwie sein, dass Power-Knöpfe in MK-Winke viel öfter vorkommen als in anderen Teilen? Weil, Wülter, ja, irgendwie in jedem Rennen acht bis zehn Power-Knöpfe. So, wir sind jetzt irgendwie hier auf dem ersten Platz. Und ich würde sagen, letzte Runde. Und dann ist der Part eigentlich schon abgeschlossen. So, schön noch die Banane hinten behalten, falls wir gesnipet werden. Immer ganz wichtig. Nein! Junge, Yoshi! Was? Ähm. Nein! Digger. Nee. Einfach nur, nee. Was ist, Digger, was ist denn los? Ich war mir so siegesicher, ne? Junge, ich sag euch ganz ehrlich. Ich war mir richtig siegesicher. Ich dachte jetzt, ich werde jetzt hier erster Platz, natürlich. Easy der Gold Cup. Aber nee. So, Jungs, da ist der Bronzepokal am Start. Und ich würde dann sagen, wir haben den Blitzcup eingeschaltet, der achte Cup dieses Spiels. Und es war eine wirklich sehr nice Folge. Lasst sehr gerne ein Like da und am besten noch einen Abo, denn ich möchte sehr gerne noch dieses Jahr die 100 Abos erreichen. Und dann habe ich diesmal viel zu sagen, wir sehen uns in einem anderen Video.